Hallo Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Wir nehmen auch heute mit unserem Handy was auf. Der App Mobizen. Wir wollen heute Piano Teil spielen. So, wir müssen ihn einmal kurz warten. Ich will einen bestimmten Song machen, ich will einmal kurz, wo ich den finde. Hier bin ich wieder, hier ist das Kanon-Spiel-Nimmer. So, ich mache heute keinen Tease, weil ich bin nicht... Ich will mal ganz normal spielen und mich selbst mal testen. Ich will nicht mehr teaten. So, mal gucken. Oh nein Leute, mir ist zu schnell. Wir spielen mal jetzt... Also, Hacks geht ganz einfach. Ihr nehmt eure 4 Finger, wo die ganzen Schalter liegen und macht sie so... Ihr drückt also nicht sehr feste drauf und rimmelt, sondern ihr drückt leicht drauf und rimmelt. Ich zeige euch mal, wie das geht, so... Nehmt unsere 4 Finger auf unsere 4 Schaltflöchen und... Ich zeige euch, spielen jetzt... Ich zeige euch, spielen jetzt... Ich zeige euch, spielen jetzt... K 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 2, 3, 4, 5, 7, 10. 2, 4, 5, 7, 10. Ich kann auch diesen nicht damit, dass ich 99.000 Jahrhunderten kriege, aber nee, da habe ich gelesen, das ist irgendwas mit den Mails und das will ich mich nicht da einmischen. Das war es doch schon von diesem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen und das war mein erster Handy-Video bis jetzt. Wenn ihr noch so mehr Handy-Videos wollt, dann schreibt es doch in die Kommentare, dann werde ich es noch machen. Ich habe nämlich auch viele mehr Spiele, wie ihr auch seht hier, das Train Simulator habe ich auch, wenn ihr das wollt, das Spiel könnt ihr auch, ich habe auch Real Rising, Temporal, Minecraft, PE, da werde ich bestimmt Tutorials machen bei Minecraft, PE, PE. Und ja, das war es auch schon von diesem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, bye! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!